Buggie, Bagger, 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 Juhu! Ne, Kipper, den Bagger haben wir ja gerade nicht so. Der sollte jetzt eigentlich gar nicht so schwergängig sein, ich sage. Der ist halt immer schneller, und dann macht man auch schneller Blödsinn nichts. Ja, jetzt. Sollte funktionieren, oder? Bisschen zurück. Das bleibt so. Die Frage ist, wenn wir alle Gebäude haben, haben wir dann unsere 100%? Erstmal. Fahrzeuge, Bagger, 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 Schere, nein, 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 Schaufel. Schaufel, nein, immer den gleichen Fehler, Schaufel. Ausrüsten. Mhm. Mhm. Musik 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 Okay. Oh, Hilfe. Nein, 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 nein. Nein. Oh, Hilfe. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Komm, hm, hm. Na, das sind doch jetzt hier, oder? Ach komm, nee, ne? Hm, hm, hm. Hm, hm. Ist ja gut, Entschuldigung, aber jetzt, komm, Dankeschön. Entschuldigung, dass ich so still über das Weißkater bin, das ist immer anstrengend. So, und wo springe ich den jetzt hin? So, ich bin gespannt wohin das kommt. Ich weiß es noch nicht, aber so weit wird es nicht sein. Aber die Parkplatzsituation hier ist wirklich miserabel. Ja, freies Spiel für freie Bürger. Ach ne, ernsthaft, fast ein Kilometer. Ja gut, auch freie Fahrt für freie Bürger. Scheißspiel. Wir sind gegen eine Temperaturobergrenze. Ah, jetzt nicht politisch werden, hör auf. Nicht abbiegen, danke. Wir dürfen noch ein bisschen weiterspielen, auch wenn der Progress, naja. Mal ein bisschen aus den Schulden raus. Ich hab hier Vorfahrt, Junge. Ja, du bist zu lang. Für ein LKW, jetzt mach mal voran. So. So. Wo ist der, wo ist denn der Punkt? Ja. Ich werde jetzt auch ein größeres Problem haben. Dämmelischen Bild fertig. Oh ne. Kann das jemand? Nein. So. So. Egal. Wir nehmen's. Und wie war's noch mit den... Ja, jetzt weiß ich aber wenigstens wo es ist. Betonmischmasch. Stimmt, das konnte ich ganz gut. Guck mal hier, Chrom mit Macken. Geil. Eigentlich schon toll. Ich glaub, das mochte ich ganz gerne. Ich hab ihn mit dem... ... und die Kämpferei... Ja, 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 ja... Jetzt, wir fahren halt schnell, fahren richtig. Nichts, wenn wir fahren ankommen. Okay. Ich sehe, wir sind jetzt hier. Ja. Ja! Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie er so gut ist. 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 Auch das läuft ganz gut. Ich weiß nicht, wie er so gut ist. 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 Ich weiß nicht, wie er so tut. Wir schönen Abend bei! Es bleibt nicht frei. Das ist der Tieflader, der Ziele verbringt. Das nächste Mal, denke ich mal, hier ist ja... Das ist der Tieflader. So, dann weiter. Ach, das ist schon gut. Das mache ich. Was hier? Das mache ich sehr gerne. Ja. Ich bin der Schuhkartin. Ich habe zu viel Kronen gekauft. So. Wobei das nicht geht. Wow. Wo wir das komplett schaffen wollen. Und hier will ich meine 100%. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber ich will sagen. Immobilien. Da ist der Name am Arbeiten. Da müssen wir hin. Da müssen wir nicht hin. Wo laden. Da müssen wir hin. Genau. Ja. 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 Danke. Ja. 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 Ich möchte das nicht lernen. Ich möchte das auch nicht lernen. Ich möchte das auch nicht lernen. nicht lernen. Ja. 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 Ach, Frau, nicht so schnell. So, okay. Ach Gott, Hilfe. Ist das das mit dem Parkplatz? Ja. Bevor wir hier weitermachen. Ich mache noch eine Folge. Ja, aber erstmal müssen wir warten. Ganz wichtig.